Im Februar 2019 wollte Rebecca Reusch mit ihrer Schwester Jessica eine Pyjama-Party machen. Der Abend verlief harmonisch und die beiden hatten viel Spaß. Am nächsten Morgen ging es für ihre Schwester zur Arbeit und für Rebecca später zur Schule. Doch dort kam Rebecca niemals an. Ob sie das Haus jemals Leben verlassen hat und was es mit dem Überwachungsvideo, welches kürzlich veröffentlicht wurde, auf sich hat, besprechen wir in diesem Video. Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen True Crime hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Schreibt es mir doch wie immer unten in die Kommentare. Heute sprechen wir über einen Fall, den ihr wahrscheinlich alle kennt und pünktlich zum Jahrestag habe ich euch Neuigkeiten zu dem vermissten Fall von Rebecca mitgebracht. Ich habe den Fall bereits ausführlich auf meinem Kanal behandelt. Ich werde euch das Video in der Infobox verlinken. Schaut da gerne nach diesem Video vorbei, falls ihr noch mehr zu dem Fall wissen möchtet. Ich werde euch noch mal eine kurze Zusammenfassung zu dem Fall geben. Damit ihr noch mal wisst, was genau passiert ist und ja, einmal noch mal so einen Überblick habt. Und gerade jetzt zum Jahrestag finde ich es noch mal wichtig, dass wir über den Fall sprechen und vielleicht noch mal unsere Gedanken in den Kommentaren austauschen und dass dieser Fall einfach nicht in Vergessenheit gerät. Und damit würde ich sagen, legen wir auch schon los, denn heute sprechen wir, wie eben schon erwähnt, über den Fall von Rebecca Reusch. Rebecca war zu dem Zeitpunkt ihres Verschwindens 15 Jahre alt. Sie ist am 21. September 2003 in Berlin-Rodo geboren. Ihre Eltern heißen Brigitte und Bernd und Rebecca ist die jüngste von drei Töchtern. Ihre Schwestern heißen Jessica und Vivian. Ein Tag vor Rebeccas Verschwinden, am 17. Februar 2019, wollte Rebecca mit ihrer Schwester Jessica zusammen eine Pyjama-Party machen. Die Pyjama-Party sollte in dem Haus ihrer Schwester stattfinden und sie wollten gemeinsam was essen, Pizza bestellen, Videospiele spielen, Filme gucken und einfach einen schönen Abend haben. Rebeccas Schwester Jessica lebte in den nahegelegenen Britz mit ihrem Mann Florian und dessen gemeinsamer Tochter. Die Tochter war zum Zeitpunkt von Rebeccas Verschwinden ungefähr zwei Jahre alt. Rebecca hatte zu ihrer Schwester Jessica ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Es war sehr harmonisch, die beiden haben sich auch oft getroffen, hatten viel Kontakt miteinander und auch mit ihrem Schwager Florian hatte Rebecca ein sehr gutes Verhältnis. Florian war Koch in einem Hotel und an diesem Abend sollte eine verspätete Weihnachtsfeier von seiner Arbeit stattfinden. Also war Florian für den Abend verplant und nicht zu Hause, sodass Jessica und Rebecca Zeit für sich hatten und ja, einfach unter Mädels sein konnten. Doch am nächsten Tag hatte Rebecca Schule, doch es war jetzt nicht ungewöhnlich, dass sie auch mal unter der Woche bei ihrer Schwester übernachtet, denn ihre Schule war von dort nicht so weit, sie hatte also nicht so einen langen Weg dorthin und es ist wohl schon öfter vorgekommen und es gab jetzt nie Probleme. Um 20 Uhr sendet Rebecca noch ein Selfie von sich an ihre Cousine und der Abend verlief ansonsten ganz normal. Gegen 0 Uhr sind Rebecca und ihre Schwester dann schlafen gegangen. Rebecca schlief im Wohnzimmer und ihre Schwester schlief im ersten Stock in ihrem Schlafzimmer. In der Nacht um 5.45 Uhr kam Florian nach Hause und dieser ging nach eigenen Aussagen ins Schlafzimmer zu seiner Frau und schlief ebenfalls ein. Am nächsten Morgen, am 18. Februar 2019, ist Jessica morgens früh aufgestanden, denn sie musste an diesem Tag zur Arbeit. Sie hat ihre kleine Tochter für die Kita fertig gemacht und die beiden verließen das Haus um 7 Uhr. Bevor Jessica das Haus verlassen hat, hat sie jetzt nicht mehr im Wohnzimmer nach Rebecca geschaut. Sie wollte sie nicht wecken, denn sie wusste, dass sie noch etwas schlafen kann, weil sie später Schule hat. Doch wie Mütter halt manchmal so sind, hat die Mutter von Rebecca, also Birgit, bei ihrer Tochter um 7.15 Uhr angerufen. Doch das Handy war nicht an, es ging sofort die Mailbox ran. Birgit hatte Sorge, dass Rebecca verschläft und deswegen rief sie Jessica an. Sie fragte sie, warum Rebecca denn nicht erreichbar ist. Jessica sagte zu ihrer Mutter, hey Mom, alles gut, ich bin bereits aus dem Haus, aber Rebecca hat heute später Schule, deswegen mach dir keine Sorgen, die kann noch einen Moment schlafen. Birgit sagte, okay, alles klar, dann rufe ich nachher nochmal an. Und das tat sie auch um 8.25 Uhr. Doch wieder ging nur die Mailbox dran. Sie machte sich Sorgen, dass ihre Tochter nun wirklich verschläft, weshalb sie daraufhin Florian anrief, denn sie wusste, dass dieser zu Hause ist. Sie rief ihn an, doch Florian drückte Birgit weg und kurz darauf rief er sie wieder zurück. Sie verpasste den Anruf, doch als sie dann gesehen hat, dass er angerufen hat, hat sie sofort zurückgerufen und erreichte ihn auch. Birgit bat Florian darum, einmal im Wohnzimmer nachzuschauen, ob Rebecca eventuell noch schläft, damit er sie wecken kann. Doch Florian ging mit dem Hörer ins Wohnzimmer und sagte Birgit, dass Rebecca nicht mehr da ist. Es schien so, als sei sie bereits losgegangen und hat sich vielleicht auf den Weg zur Schule gemacht. Um 8.42 Uhr schrieb Brigitte dann an Rebecca eine Nachricht. Sie schrieb, hallo meine Süße, ich hoffe, du bist pünktlich zur Schule gekommen. Ich konnte dich gar nicht erreichen. Und am Ende der Nachricht hat sie so ein kleines Kuss-Emoji gemacht. Die Nachricht kam zwar an, denn sie hatte zwei Haken. Doch diese Haken waren nicht blau, das bedeutet, Rebecca hat diese Nachricht nicht geöffnet und gelesen. Doch Brigitte ging zunächst davon aus, dass Rebecca wahrscheinlich einfach ganz normal in die Schule gegangen war. Doch Rebecca kam niemals in der Schule an und als sie später nicht nach Hause kam, riefen ihre Eltern die Polizei. Es wurden große Suchaktionen eingeleitet und viele Versuche gestartet, Rebecca irgendwie zu finden. Irgendwie herauszufinden, was von dem 17. Februar auf den 18. Februar wirklich passiert war. Was mit Rebecca wirklich passiert war. Bei der Fahndung nach Rebecca wurde ein Foto veröffentlicht und auf diesem Foto sah sie nicht ganz so aus, wie sie in echt aussieht. Denn sie hatte da einen Filter drauf, was natürlich ihr Äußeres etwas verfälscht hat. Dieses Foto stand sehr in Kritik, denn man konnte ja nicht genau erkennen, wie Rebecca wirklich aussieht. Daraufhin wurden aber auch weitere Fotos von Rebecca veröffentlicht, wie sie auch ohne Filter aussieht, also ganz natürlich. Das Foto soll wohl damals von einer Polizistin ausgewählt worden sein, weil Rebecca zum Zeitpunkt ihres Verschwindens ein Pony trug und sie auf dem Foto halt auch ein Pony hat. Und daher wurde es wohl dafür ausgewählt. Auf jeden Fall sorgte dieses Bild für ordentlich Kritik. Wahrscheinlich kennt ihr alle dieses Foto. Es ging wirklich in den Medien rauf und runter. Obwohl extrem viele Hinweise eingegangen sind und die Ermittler sich sehr viel Mühe gegeben haben, es Suchaktionen gab und so weiter und so weiter, begann eine jahrelange Ungewissheit, was mit Rebecca wirklich passiert ist. Bis heute steht die Frage im Raum, ob Rebecca jemals das Haus ihrer Schwester und ihres Schwagers Leben verlassen hat. Später in Untersuchung zufolge ist das Handy von Rebecca das letzte Mal um 7.46 Uhr im WLAN des Hauses eingeloggt gewesen. Könnte es vielleicht sein, dass Rebecca das Haus um 7.46 Uhr noch Leben verlassen hat? Außerdem schickte Rebecca noch an eine Freundin ein Bild aus Snapchat. Diese Bilder kann man ja meist nur einmal öffnen, also man kann das ja einstellen bei Snapchat und daher kann man nicht ganz sagen, wann das Bild genau gesendet wurde. Doch es wird davon ausgegangen, dass das Bild zwischen 7.00 Uhr und 7.46 Uhr von Rebecca gesendet wurde. Das Bild war wohl im Flur oder in irgendeinem Zimmer in dem Haus von Rebeccas Schwester und darauf trug sie eine zerrissene Jeans, ein BTS Kapuzenpulli. BTS war ihre Lieblingsband und dazu schwarze Vans. Bis heute sind ihre Kleidungsstücke nie aufgetaucht und zudem fehlt ihr Schulrucksack, ihre cremefarbene Tasche, ihre rosafarbene Polaroid-Kamera, ihr Handy und ihr Portemonnaie. Doch das sollte nicht alles sein, was fehlte, denn aus dem Haus fehlte tatsächlich auch noch ein Gegenstand und zwar eine lilafarbene Fleece-Decke. Diese Fleece-Decke gehörte nicht Rebecca, sondern ihrer Schwester und ihrem Schwager. Aufgrund einer Vermutung ihrer Schwester Jessica ist die Theorie entstanden, dass Rebecca vielleicht die Decke mitgenommen hat, um Fotos zu machen. Denn Rebecca war großer BTS-Fan und an diesem Tag hatte wohl irgendwie ein Mitglied von BTS Geburtstag und lila ist die Farbe von der Band, was halt irgendwie dann Sinn machen würde, denn sie hatte ja auch eine Polaroid-Kamera und sie machte auch immer so Fotos für ihre Band, ich glaube gerade auch an deren Geburtstagen und so. Und ja, es könnte vielleicht sein, aber in dem Kofferraum von dem Auto von Jessica und Florian wurden Fasern von dieser lilanen Fleece-Decke gefunden und Haare. Es stellte sich aber heraus, dass diese Haare nicht von Rebecca sind. Es ist wirklich sehr rätselhaft, ob Rebecca das Haus lebend verlassen hat oder nicht, denn es gibt einige Zeugen, die behaupten, dass sie Rebecca gesehen haben. Also, dass sie sie gesehen haben, nachdem sie das Haus ihrer Schwester Jessica verlassen hat. Es gab mehrere Verdächtige und viele Spuren, doch dies führte jetzt nicht wirklich zur Aufklärung des Falles. Der Schwager von Rebecca wurde sogar zweimal festgenommen und gilt bis heute als Verdächtiger. Die Polizei konnte aber nie zu 100% beweisen, dass er wirklich etwas mit ihrem Verschwinden zu tun hat. Ihr Schwager war die letzte Person, die gemeinsam mit Rebecca in dem Haus war. Und er wurde natürlich befragt, doch er sagte, dass er um 5.45 Uhr ungefähr nach Hause kam und sich ins Bett gelegt hat und einschlief. Doch dies konnte widerlegt werden. Denn anhand seines Browser-Verlaufs konnte man herausfinden, dass er nach Strangulationspraktiken und Fesseltechniken auf Paulseiten gesucht hatte. Doch es gibt noch weitere Details, die ihn verdächtig machen. Denn am Vormittag des 18. Februar 2019 wurde er von einem Kennzeichen-Erkennungssystem an der A12 erfasst. Diese Autobahn führt in die Richtung Frankfurt-Oder und weiter dann nach Polen. Doch das sollte nicht alles sein, denn er wurde auch am nächsten Abend, also am 19. Februar 2019, um 22.39 Uhr dort wieder erfasst. Er fuhr also mit seinem Auto zweimal dorthin und das direkt, nachdem Rebecca verschwunden war? Zu dem Grund seiner Fahrt machte er wohl bis heute keine Angaben, soweit es mir zumindest bekannt ist. Schlussendlich hat die Polizei folgende Vermutung. Florian kam betrunken von seiner Firmenfeier nach Hause. Er hat sich zu Hause beobachtet. ...angeschaut und anschließend Rebecca das Leben genommen. Danach hat er ihren leblosen Körper in der lilanen Decke eingewickelt. Er hat sie in sein Auto gelegt oder in seinen Kofferraum und ist dann mit ihr in Richtung Polen gefahren. Und hat sie dort an einem unbekannten Ort verschwinden lassen. Bis heute konnte die Decke nicht gefunden werden und es gibt auch keine plausible Erklärung dafür, was mit der Decke passiert ist. Die Ermittler gehen also davon aus, dass sie nach einer leblosen Person suchen und dass Rebecca das Haus ihrer Schwester nicht lebend verlassen hat. Doch wie gesagt, es gibt keine ausreichenden Beweise dazu, weshalb ihr Schwager bislang noch nicht endgültig festgenommen werden konnte. Am 17. Februar 2023, also ein Tag vor dem letzten Jahrestag ihres Verschwindens, wurden nochmal Bilder davon veröffentlicht, was sie getragen hat und welche Gegenstände sie bei sich hatte. Außerdem kam es auch zu einer Hausdurchsuchung bei Rebeccas Schwester Jessica und ihrem Mann. Dabei fiel den Ermittlern ein Bademantel auf, wo der Gürtel gefehlt hat. Dieser Bademantelgürtel sollte wohl für ein Bobbycar genutzt worden sein, welches damit gezogen wurde und weil der schmutzig geworden war, haben sie ihn einfach weggeschmissen. Zudem wurde auch die Akustik in dem Haus gemessen, wahrscheinlich um zu prüfen, ob man draußen Schreie hören kann, also wenn drinnen im Haus jemand schreit. Kommen wir einmal zu den aktuellen Neuigkeiten, denn am 28. Februar 2024, also gestern, ich nehme das Video am 19. Februar 2024 auf, wurde bekannt gegeben, dass die Bild im Herbst 2023 ein Überwachungsvideo an die Polizei weitergegeben hat. Diese Aufzeichnung ist in der Nachbarschaft von Jessica und ihrem Mann aufgenommen worden. Die Aufnahme zeigt einen bärenfarbenen Twingo, der am 18. Februar 2019 um 7.24 Uhr an dem Haus vorbeigefahren ist, wo diese Überwachungskamera installiert war. 46 Minuten später sieht man, wie dieser bärenfarbene Twingo wieder zurückkommt. Nun kommt natürlich die Frage auf, ob dieses Auto das Auto von Jessica und ihrem Mann ist, denn die Farbe und das Modell würden stimmen. Oder ob einfach zufälligerweise zu dieser Uhrzeit an dem Tag ein Auto lang fuhr in der Farbe und dem Modell. Wer das Auto gefahren ist, konnte man nicht sehen, deswegen kann man jetzt auch nicht sagen, dass es Rebeccas Schwager war, der definitiv mit diesem Auto gefahren ist oder so. Also das wurde nicht bestätigt. Doch wie ich finde, ist der Zufall schon wirklich sehr krass, dass an dem Tag, wo Rebecca verschwunden ist, das Auto um 7.24 Uhr aufgezeichnet wurde. Also kurz nachdem Jessica das Haus verlassen hat. Und wieso ist das Auto 46 Minuten später wieder zurückgekommen? Wenn es wirklich Florian war, wieso ist er mit dem Auto für eine Dreiviertelstunde unterwegs gewesen, wenn er die Nacht gefeiert hat und erst um Viertel vor sechs nach Hause kam und wenig Schlaf hatte? Kann es also sein, dass Rebeccas Schwager in der Zeit von 7 Uhr, wo seine Frau Jessica das Haus verlassen hat, bis 7.24 Uhr Rebecca vielleicht etwas angetan hat, sie in der Zeit in sein Auto transportiert hat und dann mit ihr davon gefahren ist? Doch wieso ist er dann später nochmal mit dem Auto nach Polen gefahren und wurde dabei aufgezeichnet, zweimal sogar? Hat er sie vielleicht irgendwo abgelegt und ist dann später nochmal dorthin gefahren und von dort aus mit ihr dann weiter Richtung Polen gefahren? Ich weiß es nicht und von der Polizei wurde diesbezüglich natürlich auch nichts bestätigt oder so. Das sind reine Spekulationen und Vermutungen und ja, das ist nichts hundertprozentiges oder so. Was nach Hoffnung auf einen Durchbruch in dem Fall klingt, wurde von den Behörden schnell, ja, wie soll man sagen, abgedämpft? Kann man das so sagen? Ihr werdet gleich wissen, was ich meine und zwar hat die Berliner Staatsanwaltschaft Folgendes zu dem Video gesagt. Wir kennen das Video, wir haben es ausgewertet und es ergeben sich keine neuen Erkenntnisse daraus. Außerdem sagte Sebastian Büchner, ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Berlin, Die Akte ist nicht geschlossen, neuen Hinweisen wird nachgegangen, aber aktuell gibt es keine neuen Ermittlungsspuren. Doch trotzdem wirft das Video viele Fragen auf, denn wie viel Zufall kann es geben, dass dieses Auto in der Farbe zu dieser Uhrzeit an dem Tag aufgezeichnet wurde, in der Nachbarschaft von Jessica und ihrem Mann? Ob das Video vielleicht doch noch relevant werden könnte, um den Fall endlich aufzuklären, ist unklar. Ich bin wirklich sehr gespannt, was alles noch so ans Tageslicht kommt, denn es kommen ja immer wieder neue Details Und gerade um den Jahrestag ihres Verschwindens herum kommen meist neue Details Und ja, ich bin auch einfach sehr gespannt, ob dieser Fall wirklich noch aufgeklärt werden kann. Doch tatsächlich bin ich da recht optimistisch, wenn man das so sagen kann. Ich denke, dass wir irgendwann sicher wissen werden, was wirklich passiert ist Und das findet auch Alex Petermann, ein ehemaliger Mordermittler und mittlerweile Profiler. Denn er sagte bezüglich der Aufklärung des Falls Folgendes Die Familie von Rebecca steht trotzdem weiterhin hinter Florian, obwohl immer wieder Details ans Tageslicht kommen, die darauf hindeuten, dass er eventuell etwas mit ihrem Verschwinden zu tun haben könnte. Die Familie sagt in Bezug auf Florian folgendes Solange wir nicht 100% wissen, dass Florian etwas mit Beckys Verschwinden zu tun hat, gilt für uns die Unschuldsvermutung. Dieser Fall wirkt einfach unglaublich rätselhaft und vieles daran ist, ja, extrem seltsam. So Freunde, das war der heutige Fall und ich bin wirklich, wirklich sehr gespannt auf eure Meinung. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, ob ihr davon schon mitbekommen habt oder erst durch dieses Video, was ihr überhaupt zu dem Video denkt, was jetzt an die Öffentlichkeit gekommen ist, was ihr allgemein zu dem Fall sagt, was sind eure Gedanken dazu. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wie ihr solche Update-Videos findet und wenn ich die Fälle so ein bisschen kompakt nochmal zusammenfasse und euch die Neuigkeiten dazu mitbringe, da bin ich auch sehr gespannt. Und ansonsten würde ich sagen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, falls euch mein Video zu dem Fall gefallen hat und lasst gerne ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt und aktiviert die Glocke, dann verpassen wir uns auch nicht beim nächsten Mal. Also Leute, passt auf euch auf, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!